Ich freue mich sehr, dass wir diese Gemeinderatssitzung mit großem Abstand zueinander, aber doch vereint in der Sache durchführen konnten. Noch mehr hätte ich mich allerdings gefreut, wenn wir alle hätten zu Hause bleiben können und uns so selbst und auch andere vor einer Ansteckung hätten schützen können. Vielleicht kann die nächste Gemeinderatssitzung ja wirklich digital stattfinden. Ich würde mich wirklich darüber freuen.